Sind Sie bereit, den Eid zu leisten? Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Sie ist ein typisches Produkt eines protestantischen Pfarrhauses aus Deutschland. Man hat mein Denken über Veränderungen so geprägt, dass Veränderungen durchaus etwas Gutes sein können. Die sagte, ich lebe jetzt in einer DDR, in der man nach eigenen Vorstellungen Politik machen kann. Gerade westlich sozialisierte Männer mit Imponiergehabe haben sie oft unterschätzt. Sie hat mich aufgenommen und gesagt, jetzt machen die Frauen politische Begriffe in der Wohnung. Sie kann fröhlich sein, sie kann unendlich lachen. Sie kann auch grob beleidigend sein. Sie kann das nicht. Und Sie haben alle in Wahrheit gemeint, eine Frau kann das nicht. Respektabel, wie sie eine ganze Männerriege deklassiert hat. Sie können nicht so lange überleben, auf das höchste Ebene von Politik zu sein. Sie ist nur eine Musswifflin. Sie ist extremamente methodisch, extremamente careful, extremamente logisch, in der Weise sie verabschiedet hat, die politische Probleme zu stellen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Plötzlich, in der Flüchtlingskrise, legt es sich fest und exponiert sich. Da legt jemand die Maske ab. Da hatte ich meinen 30. Geburtstag, kam mein Vater mich besuchen und statt Glückwunsch sagte er, weit hast du es ja noch nicht gebracht. Und ja.